was geht ab von der nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren fetten folge von battlefield 1 wir spielen im modus was ihr seht ohne starte zu beiden spieler bereit sind ja okay ich starte trotzdem schön dass ihr wieder eingeschaltet habt support hat das projekt und jetzt wollen wir sagen direkt rein damit müssen diesmal verteidigen dürfte eigentlich auch ganz gut laufen denke ich mal warum auch nicht haben unsere artillerie hat das schon gemacht du clever was geht denn hier ab mann ach der hat alles klar ich komme nicht reich mörser beschuss was ist denn hier los soll ich wollte eigentlich erst in der hand ja klar der scharfschütze ist natürlich am rocken da will ich eigentlich nicht so gern aber egal ok das war der sand hier könnte ich mich eigentlich auch mal versuchen als sniper den dürfte es kriegen ein bisschen zu weit nach rechts alles klar jo komm scheiße und rauf snipen wir mal ja nehmen anpassen da wie ihr seht habe ich nicht so die mega ahnung von aber egal weil das eigentlich das gewehr was ich nicht haben wollte ach das gibt's doch nicht alles zeichen ok bleibt weiter sturm so laut ok auch so zeichen muss man natürlich hören damit ein scheiß pferd holt mich natürlich ist klar woher geht ja richtig die party ab bei a aber keiner geht nach b doch doch gut 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 komm überleben wir halten die stellung hier ja diese dumme ratte da der sniper jawohl Das war natürlich nicht so jawohl, aber oh, danke man Das war's leider, Killhilfe Schön Guck mal, die schimmeln da wirklich alle ab, ne? Ach, gerade wo ich's wechseln wollte Scheiße Double Kill Jawohl Bin zwar selber draufgegangen, aber Double Kill Wie steht's da? Diesmal sieht's nicht so goldig aus, aber das liegt aber auch an der Vorgehensweise des Feindes Schummel den Panzer Darauf kann der Panzer seinen Arsch drauf verwenden Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatz Ne, ne? Ich sehe den nicht, der sieht mich aber Obwohl der Fall der Felsen ist Wie schießt er mich da tot? Wie trifft er mich überhaupt von da? Scheiße Scheiße Ich hab den nicht mal gesehen Gut Gut Oh, dann ist so gut Jo, jetzt kommen sie Jetzt werden sie wach Jetzt werden sie wach Kommt Egal Reine Granaten schmeißen Granate ist raus, hohe und zu Wo ist denn der Panzer? Ja, danke man, danke Nice War hier, die hatten noch einen Panzer Da haben sie sich schon verstört Jo, kurze Runde, schönes Glück Vielen Dank fürs Zuschalten, Support Und das ganze weiterhin Ihr wisst ja wie es läuft Und 7 zu 9 ist schon auch mal was Der Gegner ist halt zu schlecht Kann man nichts machen So, bis demnächst Haut rein Und das ist halt zu schlecht